Und ansonsten haben sie zu Recht darauf hingewiesen, dass die Vertretung der Vereinten Nationen sagt, dass es auch zivile Opfer gegeben hat. Als Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt nochmal zu Afghanistan, da ist diese Woche bei einem Drohnangriff, da sind 15 Zivilisten getötet, und 13 Menschen verletzt worden. Unter den Todesopfern befinden sich nach UNAMA-Missionsangaben Lehrer, Schüler und Familienmitglieder. Die Amerikaner haben schon bestätigt, dass das ein Angriff von uns quasi war. Herr Hennies, können Sie uns sagen, wer genau den Drohnenangriff durchgeführt hat? Und Herr Stäfer, Sie weisen sich in letzter Zeit immer gerne auf barbarische Taten hin. War dieser Drohnenangriff von uns eine barbarische Tat? Wer möchte anfangen? Ja, Herr Jung, kurz gesagt, von uns ein Drohnenangriff, sehen Sie es mir bitte nach. Weder die Formulierung noch den Sachverhalt möchte ich hier nutzen oder bestätigen. Sie wissen, dass wir mit unseren Streitkräften im Rahmen der internationalen Operation Resolute Support vor Ort vertreten ist. Das ist eine reine Ausbildungsmission. Wir haben vorhin hier ausführlich über die Unterstützung in Afghanistan geredet. Das ist ein Bereich davon. Und ansonsten ist von meiner Seite nichts, da hinzuzufügen. Ich habe hier während der Kollege die Frage beantwortet, hat nur mal gerade gelesen, was die Vertretung der Vereinten Nationen in Afghanistan zu diesem Vorfall gesagt hat. Ich habe auch gerade hier noch mal die Agentur dazu gelesen. Daraus entnehme ich, dass der Sprecher der amerikanischen Streitkräfte in Afghanistan, General Cleveland, gesagt hat, dass er den Vorwürfen und Behauptungen, dass es zivile Opfer gegeben hat, nachgehen werde. Und ansonsten haben Sie zu Recht darauf hingewiesen, dass die Vertretung der Vereinten Nationen sagt, dass es auch zivile Opfer gegeben hat. Nur. Wie bitte? Es hat nur zivile Opfer gegeben. Ich kann das nicht beurteilen. Sie sind ja ganz offensichtlich besser informiert als die Bundesregierung. Ich habe jetzt hier nur diese etwas dürren Informationen von Seiten der Vereinten Nationen. und die Reaktion der Amerikaner darauf. Ich vertraue darauf, wir vertrauen darauf, dass es gelingen wird, diesen Sachverhalt aufzuklären. Die Vereinten Nationen haben ausweislich dieser Nachricht angekündigt, dass sie eine unabhängige Untersuchung dieses Vorfalls wünschen. Die Amerikaner haben angekündigt, dass sie ebenso eine Untersuchung durchführen werden. Ich gehe davon aus und vertraue darauf, dass genau das passieren wird. Mehr habe ich darüber nicht zu sagen. Und ich habe vorgestern hier an dieser Stelle einige Ausführungen zum Thema Rechtsstaatlichkeit gemacht. Deshalb ist das, glaube ich, die richtige Antwort auf Ihre Frage. Bevor wir nicht wirklich detailhafte Kenntnis über die Vorfälle haben, fällt es mir schwer, solche Worte zu verwenden, wie Sie mir die in Ihrer Frage in den Mund legen wollten. Die gleichen Details fehlen doch bei den anderen Geschehnissen in und um Aleppo doch auch. Bewerten Sie doch auch vorschnell. Ja, also wenn das Ihr Eindruck ist, dann kann ich nur sagen, dass ich jedenfalls eine andere Einschätzung habe, dass es eine solche Vielzahl von aus der Luft und am Boden ausgeführten Angriffen auf Ost-Aleppo gibt, dass die Qualifikation, die die Bundesregierung dazu vorgenommen hat, aus meiner, aus unserer Sicht dazu durchaus angemessen ist. Ich weiß, dass viele Menschen wollen, die Blankets oder Wasser zu senden, oder Wasser zu senden. Just send your cash. Ich weiß, dass die Blankets oder Wasser zu senden, in den Blankets oder einen Blankets? Untertitelung des ZDF, 2020